Hallo zusammen. Wisst ihr, was eine Flugabwehrpatrone, Nagellack, ein Gitarrenplektrum und ein alter Fotofilm gemeinsam haben? Falls ihr es nicht wisst, besteht alles aus dem hier. Man könnte es für gewöhnliche saugfähige Baumwolle halten. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um hochentzündliche Nitrocellulose. Heute erzähle ich euch, wie im 19. Jahrhundert eine verschüttete Säure in einem Labor dazu beitrug, eine Substanz zu gewinnen, die unsere Welt für immer veränderte. Von der Kriegsführung bis zur Kinematografie Die Geschichte der Nitrocellulose begann im Jahr 1846, als der Schweizer Chemiker Christian Friedrich Schönbein in seiner Küche in Baden mit einer Mischung aus Salpeter und Schwefelsäure experimentierte. Bei einem seiner Experimente verschüttete er das Gemisch versehentlich auf dem Tisch und wischte es in der Eile mit der Baumwollschürze seiner Frau auf. Er war erstaunt, als sich die Schürze seiner Frau nach einer halben Stunde Trocknung über dem Herd spontan entzündete und fast vollständig abbrannte. Es stellte sich heraus, dass Christian versehentlich eine neue Substanz, die Nitrocellulose, erfunden hatte, die den Lauf der Geschichte verändern sollte. Was genau geschah also bei dieser versehentlichen Reaktion? Es stellte sich heraus, dass die Baumwollschürze nicht mehr einfach nur eine Schürze war, sondern dass die Mischung aus Salpeter und Schwefelsäure sie in etwas anderes verwandelt hatte. Sie bestand nämlich aus Baumwolle, die wiederum als Glucosemolekül besteht, die zu einem Polymer der Zellulose verbunden sind. Normalerweise nennen wir diesen Stoff Baumwolle. Wenn wir uns die Zellulose-Moleküle ansehen, können wir erkennen, dass die Enten monomere Gruppen haben, die Hydroxylgruppen genannt werden. Wenn das Zellulose-Molekül einer Mischung aus Salpeter und Schwefelsäure ausgesetzt wird, werden die Hydroxylgruppen durch Nitrogruppen ersetzt. Und je mehr Nitrogruppen an das Glucosemolekül, aus dem die Zellulose besteht, angehängt werden, desto mehr verändern sich seine Eigenschaften. Die so gewonnene Nitrocellulose erweist sich als haltbarer. Es ist jedoch besser, sie vom Feuer fernzuhalten, da sie sonst bei Kontakt mit dem Feuer einfach verschwindet. Vergleicht man die Verbrennung von gewöhnlicher saugfähiger Baumwolle und Nitrocellulose, die auch als Schießbaumwolle bekannt ist, kann man einen deutlichen Unterschied feststellen. Nitrocellulose brennt sofort und man kann sie leicht an der Hand anzünden, ohne sich zu verbrennen. Wiederhole solche Experimente nicht. Ich bin ein Profi, also kann ich solche Experimente machen. Minderwertige Nitrocellulose zum Beispiel verbrennt rückstandsfrei und ist daher für solche Tricks ungeeignet. Es sind genau diese Nitrogruppen, die die entstehende Substanz so brennbar machen. Sie enthalten Sauerstoff und Stickstoff, was die Verbrennungsgeschwindigkeit der Substanz deutlich erhöht und das Molekül gleichzeitig instabil macht. Ein gutes Beispiel für einen instabilen Stoff, der Nitrogruppe im Molekül enthält, ist Nitroglycerin. Es wird aus gewöhnlichen Glycerin gewonnen, das in jeder Drogerie zu finden ist. Im Gegensatz zur ursprünglichen Substanz hat das nach der Nitrierung erhaltene Trinitroglycerin wie die Nitrocellulose drei Nitrogruppen in seiner Zusammensetzung. Chemisch gesehen neigen sie einfach dazu, das Molekül zu zerreißen. Seht euch das an, wie es bei Vibration klappert. Die Nitrogruppen sind daran schuld. Wenn man auf diese Substanz trifft, explodiert sie augenblicklich. Mit anderen Worten, die sofortige Umwandlung der instabilen Nitroglycerin-Moleküle in stabilere, gasförmigere Substanzen mit der Freisetzung riesiger Mengen an Energie und Gas. Aufgrund seiner Instabilität war dieser Stoff jedoch extrem gefährlich. Alfred Nobel, ein Geschäftsmann, der sein Vermögen mit der Herstellung dieser Substanz machte, verlor sogar seinen Bruder bei einer Explosion in einer Nitroglycerin-Fabrik. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Nitrocellulose entdeckt wurde, stellte sich heraus, dass sie ebenso wie Nitroglycerin detonieren kann, allerdings schwächer und unter besonderer Bedingungen. Im Gegensatz zu Nitroglycerin, das mit extrem hoher Geschwindigkeit detonierte und jeden Gegenstand in der Nähe einfach zerbrach, brannte Nitrocellulose langsamer und war stabiler. Damals brauchte die Welt solche Stoffe, sowohl für militärische Operationen als auch für eine effektivere Gewinnung von Stein und anderen Mineralien. Über 500 Jahre lang, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, kannten die Menschen im Grunde nur einen Stoff, der sehr schnell brennen konnte, oder vielmehr ein Stoffgemisch. Schießpulver. Das ist die Mischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und Holzkohle. Schießpulver verbrennt extrem schnell. Wenn es in einem geschlossenen Raum brennt, kann dieses Stoffgemisch tatsächlich nützliche Arbeit leisten. Zum Beispiel einige Gegenstände mit sehr hoher Geschwindigkeit abfeuern oder Felsen und andere Gegenstände zerstören. Das Schießpulver hatte jedoch einen Nachteil, nämlich seinen geringen Wirkungsgrad und die enorme Menge an dichtem Rauch, die bei der Verbrennung entstand. Dadurch wurden die Kriegsführung häufig stark behindert und die Waffen wurden schnell verunreinigt. Außerdem war es sehr problematisch, harte Steine wie Granit oder Basalt mit Schießpulver zu zerstören. Die Erfindung der Nitrocellulose, die genauso schnell wie Schießpulver brennt, aber keinen Rauch erzeugt, gab der Menschheit die Möglichkeit, neue Höhen zu erreichen. Wie fast alle Erfindungen wurde die neu entdeckte Nitrocellulose jedoch in erster Linie für die Herstellung von Waffen verwendet, genauer gesagt für die Produktion von rauchlosen Pulver. Die Kombination der gewonnenen Schießbaumwolle mit verschiedenen Lösungsmitteln ergab eine Art Gel, das mit verschiedenen Substanzen gemischt und zu Zylindern oder Flocken geformt werden konnte. Nach dem Trocknen entstand eine sehr interessante Substanz, die praktisch rauchfrei verbrennt, aber gleichzeitig eine große Menge an Energie und Gasen freisetzt. Auf diese Weise erfand man das rauchlose Schießpulver, das noch heute verwendet wird. Nachdem man das Schwarzpulver ein paar Mal verwendet hatte, musste man die Waffen reinigen. Aber mit der neuen Mischung war es möglich, neue leistungsfähigere und effektivere Waffen herzustellen, die lange und ohne Reinigung feuern konnten. Nach der Erfindung der ersten stabilen Zusammensetzung von rauchlosem Schießpulver im Jahr 1887 begann die Menschheit unweigerlich mit der Entwicklung fortschrittlicherer Waffen, die später im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden. Eine zufällig erfundene Substanz in der Mitte des 19. Jahrhunderts führte zur Entwicklung von automatischen Feuerwaffen, leistungsstarke Artillerie, Panzern und anderen militärischen Spielzeugen. Sie kosteten so viele Menschenleben und zerstörten ganze Reiche im Ersten Weltkrieg. Es war das Schrecklichste, was im 20. Jahrhundert passierte. Aber lasst uns nicht über traurige Dinge reden. Während die Kriegsmaschinerie mit dem neuen Stoff spielte, wurde Nitrocellulose auch für friedliche Zwecke verwendet. So fanden Wissenschaftler nur ein Jahr nach der Entdeckung der Nitrocellulose heraus, dass sie in einer Mischung aus Alkohol und Äther perfekt löslich ist. Die Mischung dieser Stoffe ergibt eine siropathische Lösung, die an Klebstoff oder Nagellack erinnert und als Kolodium bezeichnet wird. Dieser Klebstoff verschließt Wunden sehr gut. Heutzutage kann man in der Drogerie noch einen speziellen Wundkleber auf Nitrocellulose-Basis kaufen, mit dem man außer Wunden auch Holz oder Gummi verkleben kann. Wenn wir diese Flüssigkeit salzen und auf das Glas auftragen und dann in einer gleichmäßigen Schicht ausbreiten, erhalten wir einen Rohling für fotografische Platten, was damals eine echte Revolution in der Fotografie darstellte. Die so entstandenen Ambrotypien waren billiger und haltbarer als alle bisherigen fotografischen Analoger auf Gelatin-Basis. Das resultierende Bild auf einer Kolodium-Unterschicht war sehr kontrastreich und scharf und zudem erschwinglich. Dies war der große Anstoß für die weitverbreitete Entstehung von Fotostudios und den wachsenden Beruf des Fotografen. Übrigens wird auch heute noch Nagellack aus Kolodium hergestellt, das wie vor 100 Jahren Nitrocellulose in seiner Zusammensetzung hat. Man kann sagen, dass die Technik aus dem 19. Jahrhundert immer noch in Mode ist. Ich benutze sie nur, um Kristalle zu beschichten, nur damit du es weißt. Neben der Fotografie und der Kriegsführung hat die Nitrocellulose einst auch die Chemie der Materialien revolutioniert. Nimmt man eine Lösung von Nitrocellulose in Alkohol und Äther und fügt hier einige Salze von Kalium und Kampfer hinzu, so erhält man nach der Plastifizierung dünne Blätter von ziemlich festem und leichten Kunststoff. Im 19. Jahrhundert war dieses Material mit keinem anderen Material vergleichbar, das jemals zuvor existiert hatte. Das neue Material wurde Celluloid genannt. Es war das erste von der Menschheit entdeckte Plastikmaterial. Damals wurden viele Dinge aus diesem Material hergestellt. Puppen, Tischuhren und so weiter. Übrigens riechen diese Celluloid-Platten wegen des Zusatzes von Kampfer sehr gut. Es riecht wie Minze. Nachdem es durchsichtig gemacht worden war, fand die Menschheit jedoch eine sehr nützliche Verwendungsmöglichkeit. Man entdeckte, dass man aus Celluloid unter bestimmten Bedingungen einen transparenten und flexiblen Film herstellen konnte. Außerdem konnte es mit einer fotografischen Emulsion überzogen werden. Diese Entdeckung bedeutet einen großen Sprung in der Entwicklung der Kinematografie. Eastman Kodak war die erste Firma, die Celluloid-Film herstellte. Dadurch wurde er sehr populär. Mit anderen Worten, die Menschheit hatte endlich das Material, um einen Filmstreifen herzustellen, der flexibel genug war, um schnell durch die Kamera zu laufen. Außerdem war er feuchtigkeitsbeständig und konnte über fünf Jahre lang gelagert werden. Vor 1953 wurden absolut alle Filme auf Celluloid-Film gedreht. Zum Beispiel auch diese Bilder und diese Bilder. Doch wie alle ersten Materialien hatte auch Celluloid einen großen Nachteil. Es war extrem brennbar. Die Entflammbarkeit des Celluloid-Films wird am anschaulichsten in dem Film von Quentin Tarantino gezeigt. Neben ihrer hohen Brennbarkeit waren Celluloid-Filme bei der Lagerung auch sehr empfindlich und zersetzten sich bei zu hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit recht schnell in ihre Bestandteile. Etwa 20% aller Filme aus der Zeit vor 1950 gehen heute aus diesem Grund verloren. Nach 1953 wurde der gefährliche und kurzlebige Celluloid-Film durch Acetat-Film ersetzt, der auch heute noch verwendet wird. Heutzutage ist Celluloid am häufigsten in Musikinstrumenten zu finden, da viele Akkordeons immer noch aus diesem Kunststoff hergestellt werden, da er ähnliche akustische Eigenschaften wie Holz hat. Ein solches Akkordeon ist an seiner charakteristischen Perlmutfärbung zu erkennen. Übrigens glauben einige Musiker immer noch, dass Celluloid-Plektren authentische Vintage-Klänge erzeugen. Ich hoffe, Sie haben nach diesem Video mehr über den Stoff Nitrocellulose erfahren. Wenn euch dieses neue Video-Format gefällt, hinterlasst bitte einen Kommentar. Und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft mehr neue und interessante Dinge zu sehen. Und falls jemand auf die Sendung gewartet hat, meine Kassette ist deaktiviert, also kann man sie getrost zu Hause lassen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt,